Moin Moin meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich präsentiere heute für unseren YouTube-Kanal Modbox den Lizard Meteor vor. Dieser LKW wird uns zur Verfügung gestellt von AgroTohu und der die Modeller schreiben ihre eigene Modbox. Diese Version, so wie sie hier steht, für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch von der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Allerdings gibt es aber auch eine Version als VW. Diese Version ist eigentlich nur für PC und Mac und deswegen habe ich mich entschieden, weil wir unsere Freunde der Konsole natürlich auch vertreten haben. Ich stelle euch das Ganze so vor. Es ist im Prinzip derselbe LKW. Nur, dass man dann halt wie gesagt das Branding nicht auf Lizard hat, sondern VW-Zeichen vorne drin hat. Sonst ist der Rest identisch. Aber da wir ja auch gezielt für unsere Konsolenfreunde hier sind, habe ich mir lieber diesen Mod gewählt zum Vorstellen. Ja, was haben wir? Wir haben einen LKW, der in meinen Augen sehr, sehr robust und gut dasteht. Klar, VW-LKW ist mir nicht so bekannt, obwohl ich VW eigentlich als sehr gute Marke empfinde und auch eigentlich recht gut verfolge. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir das Ganze mit an und es lässt sich ja auch einiges konfigurieren. Schauen wir uns das natürlich mal im Shop natürlich an. A, wir können es auch mal reinsetzen. Wir nehmen den blauen hier. Wir starten eben mal. Also Sound ist, würde ich sagen, alles Standard. Ihr merkt natürlich beim Schalten wieder, ihr braucht es einen Moment, bis er wirklich vorwärts kommt. Dann haben wir mit 120 auch recht fix unterwegs ist. So ein Lichtcheck. Tagfahrlicht, ich steuere mich dann mal an. Abwendlicht. Ja, Fernlicht. Ja, also Nebelscheibe gefühlt, das ist Fernlicht. Aus. Oben habe ich jetzt noch ein Umleuchte konfigurieren, man kann auch andere Sachen konfigurieren. Aber ich habe jetzt dazu entschieden, ansonsten seht ihr ja, passt das so. In Ansicht. Ihr seht, es ist beleuchtet. Zwar ein bisschen anders als gewohnt. Es sieht aus wie ein kleines Glühnämpchen da oben angeht. Aber dann seht ihr, es ist beleuchtet. Ihr seht auch, Pedalen werden getätigt. Die Schaltung scheint doch automatisch zu sein. Ihr seht, der Knopf wird nach vorne nach hinten. Ja, das passt so weit. Fahrer von außen seht ihr jetzt auch animiert. Und der rechte Arm sieht ein bisschen lustig aus, aber das passt so weit. Entschuldigung. So, fahren wir jetzt zurück zum anderen LKW. Das ist eigentlich der gleiche, nur halt in grün, dasselbe in grün. So, schauen wir uns mal den Shop an. Im Shop findestrens und in DLCs und Mods. Da haben wir noch so ein Stück. Über 142.000 bekommen wir einen 64 PS starken, in Anführungszeichen, VW. In diesem Moment Lizard. Mit Manuel in Getriebe. Und bei der Maximalgeschwindigkeit habe ich auch 120 kmh. So, die Konfiguration. Also Rundumleuchten kann man sagen. Entweder eine Klimaanlage. Klimaanlage andersfarbig. Klimaanlage in 4 Farben oder die Rundumleuchte. Dann die Motorsführung. 64 PS. Da haben wir Uni 5x20. Die beiden Versionen haben wir zur Verfügung. Reifenvariante. Seht ihr, ändert sich quasi das Felgeninnere so ein bisschen. Ne, so wie man es halt möchte. So, Seitenabdeckung Standard. Da kann man sagen, hier möchte man ein Seitenblech haben oder nicht. Markenlogo ist glaube ich hier vorne. Ob wir eins haben will oder nicht. Entweder den Lizard oder den Lizard Zeichen. Oder halt nichts. Abweiser. Moment, ich drehe uns mal wieder. Ist hier hinten. Das kann man einmal nicht so machen. Man kann unten dieses Abweiser 2. Unter als komplette Kombo oben. Das. Oder halt komplett geschlossen. Oder halt gar nicht. Wie man es halt möchte. So. Brille. Ist auch witzig. Ist quasi die Verglasung. Kann man halt tönen. Dann Spiegelplastik. Die Primärfarbe. Jetzt werden wir die Primärfarbe ändern. Seht ihr, wechselt die mit. Dann Sekundär. Also eine Zweitfarbe. Falls ihr sagt, ich möchte gerne einen roten Spiegel haben. Das könnt ihr natürlich aussuchen. So wie ihr es möchtet. Dann haben wir einen Sonnenschirm. Das ist quasi. Genau. Also Sonnenschirm seht ihr hier. Es ist halt ein bisschen komisch beschrieben. Plastik. Da habt ihr jetzt hier. Primärfarbe. Verchromt. Da haben wir oben diese Sonnenblende. Plus Plastik. Plus Primärfarbe. Und jetzt haben wir so eine Ausgriff. Und Dings ist es quasi so eine Geschichte. Ich lasse es noch weg. Weil wir hier oben noch einen Schriftzug drauf machen können. Und dann sieht man halt ohne diese Sonnenblende natürlich besser. Rotflügel. Da gibt es viele verschiedene. Ne. Die Möglichkeit habt ihr halt. So wie ihr es halt irgendwie möchtet. Antenne. Das finde ich so ein bisschen wüßt und wild. Hier hat quasi diese Antenne, die so raus steht. Das ist aber eigentlich recht untypisch. Oder für beiden Seiten. Oder halt nur links und rechts. Also das finde ich halt ein bisschen. Weiß ich nicht. Das gefällt mir bei so einem Volkswagen. Also nicht so wirklich doll. Der Leuchtturm ist hier unten. Hier haben wir quasi die Umrandung von der Lampe. Seht ihr das? In Designfarben sieht man es besser. Und jetzt kommt noch der Aufkleber Standard. Und dann kommt halt oben dieses. Entweder in Weiß oder in Schwarz oder gar nicht. So Hauptfarben sind in den vielsten. Also in mehr als in Alice standardtypischen Farben. Da kann natürlich ganz viel austoben. In den wildesten Konfigurationsmöglichkeiten. In Designfarbe. Das sind so kleine Akzente, die da gesetzt werden. Plus die Rattennarben kann man noch machen. Und die Felgenfarbe. So sieht man es ein bisschen besser. Ja und wenn das Ding so wie ich jetzt hier ganz ganz wild durchkonfiguriert. Kommt halt nochmal 20.757 dazu. Sprich für 31.750. Könnt ihr euch dieses Fahrzeug dann in einem recht schnellen Look. Ja quasi für euren Hof. Dönnen. Ja der Mod befindet sich in Version 1.0. Und sonst kann ich auch mehr dazu nicht sagen. Außer wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne mal in die Kommentare wenn ihr diese Mod findet. Aktiviert ihr doch um keine weiteren Mods zu verfassen würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Hoffe dann zum nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao. Ciao.